Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4625 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich kann ein gutes Angebot machen. Mein Team programmiert die Software für einen Pauschalbetrag von 5000 Euro. Ich kann ein gutes Angebot machen. Mein Team programmiert die Software für einen Pauschalbetrag von 5.000 Euro. Ich bin fasziniert von dem, was ich hier sehe und erlebe. Das Leben ist schön. Ich bin fasziniert von dem, was ich hier sehe und erlebe. Das Leben ist schön. Ich bin fasziniert von dem, was ich hier sehe und erlebe. Das Leben ist schön. Ich freue mich, dass ich Ihnen helfen konnte. Bei Problemen können Sie mich jederzeit anrufen. Ich freue mich, dass ich Ihnen helfen konnte. Bei Problemen können Sie mich jederzeit anrufen. Ich freue mich, dass ich Ihnen helfen konnte. Bei Problemen können Sie mich jederzeit anrufen. Ich glaube, ich muss bald etwas abnehmen. Ich glaube, ich muss bald etwas abnehmen. Es sieht gefährlich aus für das eigene Team. Wird der Gegner schon in der ersten Spielminute ein Tor erzielen? Es sieht gefährlich aus für das eigene Team. Wird der Gegner schon in der ersten Spielminute ein Tor erzielen? Es sieht gefährlich aus für das eigene Team. Wird der Gegner schon in der ersten Spielminute ein Tor erzielen? Die Kunden senden defekte Kaffeemaschinen an unser Lager. Die Kunden senden defekte Kaffeemaschinen an unser Lager. Ich bestätige Ihnen die Reservierung für das nächste Jahr schriftlich. Dann haben Sie etwas in der Hand. Ich bestätige Ihnen die Reservierung für das nächste Jahr schriftlich. Dann haben Sie etwas in der Hand. Außer in der Schule haben wir keine Probleme wegen unseres Aussehens. Außer in der Schule haben wir keine Probleme wegen unseres Aussehens. Niemand glaubt mir, dass ich mit einer Bohrmaschine umgehen kann. Niemand glaubt mir, dass ich mit einer Bohrmaschine umgehen kann. Elektriker müssen elektrische Geräte bedienen und reparieren können. Elektriker müssen elektrische Geräte bedienen und reparieren können. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. ... ... ... Vielen Dank.